Bonus Nummer 7 Werner 100 Lucky Bits Danke Jetzt lass mal hier ein paar gescheite Gewinne kommen Ne ist ok Standard halt so 30-15-12-13 in der Regel So weit war gut, wenn das jetzt hier hinbekommen würde, wäre er nicht vergerbt Not bad Not bad Guter Bonus, gutes Setup Noch einige Spins Mehr Wilds, bitte Das wird auf jeden Fall der beste Bonus, den wir bitte hatten Punkt für alle Gut Noch mehr Wilds, bitte Und nochmal hier Top-Symbol vorne Und Deck davon Es wird auf jeden Fall ein guter Wir haben ja noch ein paar Spins Da muss er schon Top-Triboll machen Ansonsten ist es nicht möglich Ansonsten so 500-Mor Oder so Das wird gesichert sein Gut Er muss nochmal Top-Symbol vorne machen So ein Stack vorne Das wäre sehr nice Das hat er vorne macht Ja, liebte sind wohl eigentlich 500 Mal zusammen Ja Let's was win Wenn er Top-Symbol vorne gehabt hätte, wäre es bin sehr, sehr nice Guter Bonus Sehr schöner Bonus Ich sag dir mal, guten Abend Nice Einer meiner besten Baukostwohner Eben D D Untertitelung des ZDF, 2020